Flächendesinfektion zu Hause und unterwegs, so geht's. Man sieht sie nicht und spürt sie nicht, aber Keime können an vielen Stellen lauern. Zu Hause, auf Türklinken, Toilettensitzen, Computertastaturen und unterwegs. Auch auf Reisen oder wenn man mit Babys oder kleinen Kindern unterwegs ist, sollte man Flächendesinfektionsmittel dabei haben. Wir empfehlen Sterilium Protect & Care Produkte zur Flächendesinfektion. Besonders in Erkältungszeiten oder wenn Durchfallerkrankungen grassieren, kann die regelmäßige Desinfektion sinnvoll sein. Der Desinfektionsschaum wird großzügig aufgesprüht und die betroffene Fläche sorgfältig mit einem Einwegtuch abgewischt. Einwirkzeit abgewartet, fertig. Für empfindliche Flächen oder senkrechte Oberflächen wie Smartphones oder Touchscreens empfiehlt sich das Spray. Einfach auf ein Tuch sprühen und abwischen. Computertastaturen zum Beispiel können schnell mit den gebrauchsfertigen Tüchern desinfiziert werden. Bei richtiger Anwendung werden 99,99% der Keime entfernt. Beachten Sie bitte, dass Desinfektionsmittel zwar Keime abtöten, jedoch keinen langanhaltenden Schutz bieten. Desinfizieren Sie daher Flächen einfach nach Bedarf. Sterilium Protect & Care Flächendesinfektion. Für zu Hause und unterwegs. Sie haben ja die Fläche mit Labor und Frem Будellen. Untertitelung übernommen von Kurzem Mückbe zu liegen. mentioning Dute um eine Technik mit den Daten zu verlospen. ein erry